Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es wieder um Sea of Thieves und um eine kleine Überraschung, dazu aber am Ende des Videos. Das Ende der Alpha von Sea of Thieves ist eingetreten. Das bedeutet nicht nur, dass jetzt diese kleine Alpha Session, die jetzt quasi stattgefunden hat, bis zum 20. zu Ende ist, sondern dass es auch wirklich das komplette Ende der Alpha ist und dass dieses Jahr auch keine Alpha Session mehr stattfinden wird. Somit, wenn ihr das nächste Mal wieder spielen wollt, müsst ihr in die Closed Beta rein und wer dazu noch ein paar Fragen hat, dazu habe ich ja schon mal ein Video erstellt. Schaut euch das einfach nochmal an, dann wisst ihr soweit alles, was es über die Closed Beta momentan zu wissen gibt. Jetzt noch ein anderer kleiner Punkt. Es wurde so ein bisschen Kritik geübt, dass ich meine Quellen nicht angebe und ich bin für Kritik immer sehr dankbar und an dieser Stelle vielen vielen Dank für diese Kritik. Ich werde das jetzt ändern und zwar werde ich, sofern ich Quellen habe, diese in die Videobeschreibung reinpacken. Dann habt ihr es einfach leicht, wenn ihr es nochmal nachlesen möchtet, könnt ihr einfach auf den Link drauf gehen und dann hat sich die Sache erledigt. So und jetzt gibt es noch etwas für euch, nämlich ein klitzekleines Gewinnspielen. Ich werde erst mal schnell erklären, wie ihr mitmachen könnt und danach sage ich euch dann, was ihr gewinnen könnt. Wenn ihr teilnehmen möchtet, dann müsst ihr zwei Sachen machen. Erstens müsst ihr erstmal einen Kommentar verfassen, der zwei Sachen beinhaltet. Erstens, wie ist der Name des Videos, welches ich als allererstes gemacht habe auf meinem Kanal. Und zweitens, will ich von euch wissen, wie ihr eure Crew nennen würdet, mit denen ihr dann die Mähre von Sea of Thieves unsicher macht. Ich werde einfach mal ein bisschen Inspiration, kreative Namen hören, also lasst euch mal was einfallen und wählt nicht 0815 Namen. Wobei, welchen Namen ihr auswählt, ist total egal, da jeder, der das macht, nimmt automatisch an dem Gewinnspiel teil, auch wenn ihr nicht so kreativ seid. Ihr braucht mir dafür auch kein Abo geben, aber wenn euch mein Content gefallen würde, falls ihr quasi jetzt so auf meinen Kanal gestoßen seid, dann würde ich natürlich freuen, wenn ihr mir eins geben würdet, aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was es zu gewinnen gibt. Einer von euch hat die Chance, ein Sea of Thieves T-Shirt zu gewinnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich aus dem Sea of Thieves Store ein T-Shirt frei auswählen. Größe, Farbe, ist komplett egal, sucht euch aus, was ihr möchtet, welches dann direkt zu ihm geschickt wird. Teilnahmeschluss ist der 26.12.2017 um 15 Uhr. Alle Kommentare, die danach kommen, die werden nicht mehr gewertet. Das wäre es soweit von meiner Seite. Über die Feiertage wird es wahrscheinlich keine weiteren Videos mehr geben und deswegen wünsche ich euch allen schon mal frohe Weihnachten und ein entspanntes, rumpvolles Fest und natürlich viel Glück für das Gewinnspiel. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.